Guten Morgen, wir haben schon die ersten Stilleinheiten hinter uns und ich habe schon Videos fertig, Kaffee getrunken und ich wollte mich jetzt schon mal ans Essen kochen machen. Bernd hat heute den Nachmittag frei, der ist jetzt auf der Arbeit, aber der kommt um 13 Uhr nach Hause und dann wollte ich gerne das Essen schon fertig haben, dass wir dann halt direkt Mittag essen können. Ja, hallo Molly. Du bist noch nicht ganz wach, ne? Sie ist gerade wach geworden. Ja, bei uns gibt es heute so griechisches Gemüse mit Zucchini, Auberginen und sowas alles. Ich zeige euch das gleich. Ich nehme euch mit beim Kochen. Vielleicht schaffe ich heute das zu machen, was ich euch gestern erzählt habe. Die Bilder suchen von Calvino. Wenn nicht wieder was dazwischen kommt. Ich beginne gar nicht erst den Vlog, sodass ich euch den Tag, den Plan des Tages erzähle, weil meistens wird es bei uns eh anders. Und dann mein Schatz? Ja. Was ist los? Ja. Erzähl. Was hast du? Aufwachen ist doof, ne? Aufwachen ist doof. Ja, ich weiß. Sie hat hier bei mir auf diesem Stillkissen, das ist ja wie so ein Zeh, hat sie gelegen, hat schön geschlafen, ist eingeschlummert beim Stillen. Ja. Und dann habe ich sie einfach so liegen lassen, hier bei mir, weil ich habe da in der Zeit schön das Video geschnitten. Also zwei. Heute kommen zwei Videos wieder online. Ne? Mit jetzt? Genau. Ja. Dann wünsche ich euch mal ganz viel Spaß bei unserem Video. Special Guest wartet hier und schaut zu, ne? Du schaust uns zu? Super! Ja? Klasse! Genau. Ach, das sehe ich gerade hier. Wir haben uns gestern per Amazon unsere Soße Hollandaise bestellt, denn die war überall ausverkauft. Ne? Die haben wir nirgendwo hier bekommen in den Supermärkten. Aber bei Amazon gibt es die, ne? So. Und jetzt zeige ich euch, woraus unser Essen besteht heute. Reste. Reste Zucchini, Reste Paprika, diese Bohnen, eine Aubergine, Pizza, Tomaten und Kartoffeln. Kartoffeln und Zwiebeln. Die nehme ich aber TK, deswegen liegen die hier nicht. Und Tomatenmark. Muss ich auch noch holen, ne? Genau. Schnibbelst du das? Schnibbelst du das? Hier braucht heute jemand ganz viel, Mami. Und deswegen habe ich sie mir zum Kochen in die Trage genommen. Vielleicht schläft sie ja ein. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier schon mal die Kartoffeln und die Auberginen geschält und geschnitten. Also die Auberginen habe ich nicht geschält. Geschnitten. Das brate ich jetzt an. Und dann kommt das gleich in den Backofen, der gerade vorheizt. Genau. Und wird dann da erstmal gebacken. Und in der Zeit mache ich die anderen Zutaten, die dann angebraten werden. Weil die verschiedene Garstufen haben. Hallo. Ich bringe mal eine Liste nachher mit. Dann kannst du ein bisschen gucken, was wir wohl nach oben hier aufnehmen können. Ja, machen wir. Okay. Was macht der Herzli? Der Herzli frühstückt jetzt bestimmt erstmal, ne? Nein, ich habe eine Kaffeepraline gegessen. Ach ja, aus dem Eisschrank, ne? Die Kaffeepraline. Ich kriege auch eine, Karina. Was sagst du, Bernd? Oh, da kommt er seine Chips hier abgeholt. Die hat er doch schon abgeholt. Wieder mitgenommen. Wie mit lustig sein? Ja. Gehen wir heute mein Handy kaufen. Wir haben noch frei am Nachmittag. Aber kein Geld. Wir haben viel frei, aber wenig Geld. Das stimmt nicht. Hier, Kaffeepraline. Kaffeepraline. Danke. Hast du gestern eigentlich gegessen? Ja. Oh. Bernd. Ach so, Herr Bernd, hast du eine gegessen? Ja, Kalfin hat mal in den Mund geworfen. Mmh. Jetzt ist das richtig hart geworden, das Kaffee. Nee, das ist noch kürzer. Karondel. Ja, aber... Mach besser als Nack. Ja, aber ich bin doch so besser. Also, ja, ich auch. Das ist halt schön kühl jetzt und lecker. Und die Schokolade ist fred. Mmh. Mmh. Machen süchtig. Ja. Ja. Ja, gut. Dann... Ja. Bis gleich. Tschüss. Brauchst du noch was aus dem Baumarkt? Ja, für die Rollos was? Ja. Irgendwas anderes da brauchst du. Magnete für den Mülleimer. Pakete für den Mülleimer. Magnete. Ah, Makete. Woher wir nicht Pakete kriegen. Ist du doof? Ja, klar. Magnete, dass der Mülleimer nicht aufgeht. Die Schokolade. Okay. Ja. Das Gemüse ist jetzt fertig. So sieht es jetzt aus. Und wir wickeln das in so arabisches Fladenbrot. Das kann man so auseinanderziehen und dann befüllen. Ich zeige euch das mal. Da kann man eigentlich alles Gemüse einschmeißen, was man möchte. Also für alle, die das nicht kennen. Man kann das so auseinanderziehen und dann befüllen. Ach, Smurfy, du bist so ein süßes Schnäuzelchen. Ist da vier Kartoffeln drin? Viel. Sechs Stück. Würde ich jetzt mal so. Warum? Genau, dann so. Zusammenfalten und tada, kann man es essen. Meine Hände halt und so. Deine Hände darf ich filmen? Ja, klar. Wir sind in Chaos City. Oben bei Calvino. Und das, was gestern eigentlich gemacht werden sollte. Vorgestern. Ja, vorgestern. Aber gestern in dem Video habe ich dann gesagt, wir machen das. Und haben wir nicht gemacht, weil wie so oft kam was dazwischen. Und da neben dem Boxding, seht ihr, da sind die beiden riesigen Bilderrahmen. Wo wir gerne die Bilder für finden würden, ne? Genau. Da, neben der Tür. Ach, da. Genau. Und da wollen wir die Bilder aufhängen, wenn wir die finden. Aber erstmal räumen wir jetzt hier auf, solange. Und dann tauchen die bestimmt irgendwann auf. Hoffentlich. Hoffentlich. Achso, und zu dem Essen wollte ich sagen, das hat sehr gut geschmeckt. Das war aber sehr fettig. Deswegen hat es wahrscheinlich so lecker geschmeckt, weil es so fettig war. Aber Olivenöl ist nicht so ungesund, weil es ja ungesättigte Fettsäure ist. Ja, aber wenn es im Backofen war, sind die doch dann gesättigt, oder? Weiß ich nicht. Ach, mich macht das wahnsinnig. Hier sind die Kabelsalaten. Ich habe jetzt erstmal alle Stecker rausgezogen. Calvino holt den Sauger, damit wir die Wollmäuse hier wegmachen können. Aber das ist sowas. Boah, ich kriege da die Krise. Das muss ich jetzt hier beseitigen. Ne, Moali? Du schaust zu? Supi. Hier. So, so, so. Wir haben es gefunden. Ja, Moala. Moali, Moala. Sie will mir hier ein erzählen. Sie weiß noch nicht, ob sie da oder da. Ja. Das meine ich. Ja. Sie will vielleicht zu dir auf den Arm kuscheln. Wer weiß. Also, das ist diese Weltkarte, wo man freirubbeln kann, wo man schon war. Die Calvino mal zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Tada. Sie ist endlich da. Und dafür haben wir halt auch diesen Bilderrahmen geholt. Das rahmen wir gleich. Genau. Und das, das, das haben wir schon, wie lange haben wir das? Das ist zwei Jahre jetzt? Das Jahr. Beim letzten Ägyptenurlaub. Ja, 2018, glaube ich. Ja. Vor Corona natürlich. Als man sowas noch durfte. Bevor wir einen Hund hatten. Bevor wir ein Baby hatten. Waren wir nochmal in Ägypten. Und dort waren so Künstler, da haben wir die Namen schreiben lassen von Calvino. Leider noch nicht von Livia, weil Livia gab es ja da noch nicht. Und von Dampstadt, also von unserem Laden. Ja, und Calvino hat dieses bekommen. Und das wird jetzt auch gerahmt. Genau. Das machen wir jetzt. So, jetzt ist es ruhig. Was ist das? Da ist der Narbe. Das sieht ja wohl cool aus, oder? Wenn wir das gerade gemacht haben. Ja. Machen wir gleich. Tada. Sie sind gerahmt. Schön. Ich liebe dieses Bild. Wir hatten es noch nie aufgehangen, ne? Und hier ist die Weltdingsbums, wo Calvino schon war. Da. Ist es scharf? Ich weiß es nicht. Also das weiteste war, glaube ich, Ägypten, wo du warst, ne? Äh, Mama? Ja. Dann kann ich direkt mit runterkommen. Ja, klar kannst du mit. Ich würde doch unseren Handy-Mann packen. Ach so, ja. Komm mit. Käffchen, Käffchen. Huch, Vorsicht. Nicht runter. Na, der hat noch gegeben. Na, ihr? Chilt? Chilimili? Ich esse gerade noch eine zweite Portion von diesem Gemüse. Das ist so lecker. Und jetzt mache ich das noch mit Tabasco. Als ich schwanger war mit Morley. Da hat mir das gar nicht geschmeckt in der Schwangerschaft. Und ja, jetzt mag ich das wieder. Erstes Mal seit der Schwangerschaft, dass ich das gemacht habe. Und das ist der letzte Rest. Ich esse das jetzt alles auf. Bernd und Calvino sind nach Subway gefahren. Die holen sich jetzt da Baguettes. Und die Mutti isst das hier. Oh, lecker, lecker, lecker. Mal zwei in der Mitte. Und dann nicht mehr rein. Was ist das gönnen dir? Subway. Ach, ein Aufkleber? Wasch dir aber bitte die Finger jetzt verbessern. Was habt ihr für Baguettes genommen? Die letzte macht. Also Calvino hat das mit dem Patty genommen. Und ich habe wieder das... Schweine... Pulled Pork. Pulled Pork. Smurf hier runter. Ja. Pulled Plants. Mama hat noch Dessert. Mama hat noch ein Dessert. Zupfkuchen. Und die Maus. Das freut uns sehr. Was hat die Maus? Gute Laune. Du hast gute Laune, ne? Und Daddy geschlafen. Ja. Du hast richtig schön, mein Papa, geschlafen, ne? Genau. Und wir haben die Nachos mit Käse überbacken selber hier gemacht. Wir haben geizig sein. Aber zwei Euro kostet du, du kleinen Kuchenworteliefe. Ja, und jetzt habt ihr eine riesen Portion. Dann lasst es erst mal schmecken. Nee, danke. Ich habe ja hier das Gemüse gegessen und... Ach so, ja. Das gönn dir. Wenn man möchte. Gönn dir mehr. Oh, das kommt noch, ne? Das Anfassen. Das kommt noch. Ja. Ja, ich wollte mich eigentlich nur noch vom Vlog verabschieden, ihr Lieben. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Oh, Moment. Molly, nicht mich ausziehen. Nicht mich ausziehen, ja. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.